Willkommen beim Time of Change Podcast. Wir bringen Veränderung in deine Ohren. Es ist Zeit für Veränderung und wir sind hier, um dir dabei zu helfen. In unserem Podcast findest du alles, was du brauchst, um voranzukommen und dein Leben zu verbessern. Erlebe tiefgründige Interviews, innovative Techniken und Erklärungen für bisher unerklärliche Phänomene. Entdecke Hintergründe, die dein Leben verständlich machen und dich inspirieren. Dieses Format bietet dir ausgewählte Inhalte unseres Senders Time of Change TV. Ohren auf, denn jetzt geht's los. Männliche und weibliche Energien. Wie können wir es schaffen, damit in Harmonie auch Männer wie Frauen und Frauen wie Männern ein schönes Leben zu gestalten und durch diese Harmonie unser volles Potenzial zu entfalten. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von timeofchange.tv Und herzlich willkommen auch an dich, lieber Dr. Michael Treiner. Hallo, Tobias. Ja, schön. Für die nächste Runde. Schön, dass du wieder da bist. Schön, ja. Extra aus der Schweiz angereist. Ja, genau. Freut mich umso mehr. Schön. Bedeutet, irgendwie muss es dich auch zu uns ziehen, sonst wärst du nicht da. Genau. Muss ja gegenseitig sein. Du sagst es. Und umso mehr freut es mich, dass du heute zu diesem richtig, richtig spannenden Thema Männlichkeit, Weiblichkeit, Männer und Frauen und wie wir vielleicht harmonisch unser Leben gestalten können uns etwas Aufklärung dazu mitbringst. Ja, gerne. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, weil ich denke, es ist ein Thema, das uns alle betrifft. Und ich denke, da gibt es viele verschiedene Meinungen, die wir jetzt versuchen zusammenzubringen. Wunderbar. Du stehst mit deiner Arbeit stark dafür, Anteile wie Körper, Geist und Seele zu vereinen. Jawohl. Um sein Potenzial auszuschöpfen. Doch was ist mit dem Prinzip von männlich und weiblich? Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt nur den Mann oder die Frau, sondern wir haben ja auch verschiedene Anteile in uns. Mal ausgeprägter, mal nicht so ausgeprägt. Ja, das ist sicher so, ja. Wie können wir diese Anteile denn jetzt in uns vereinen, um ein Leben in vollem Potenzial zu geniessen und zu ermöglichen? Ja, das ist eine spannende Frage. Wir versuchen ja hauptsächlich Leuten zu helfen in therapeutischen Sitzungen. und manchmal ist es so, dass bei den Klienten, die zu uns kommen, sind Dinge gestört wie das weibliche Anteile. Also bei ganz vielen Frauen in meiner Praxis muss ich daran arbeiten, dass die zum Beispiel wieder in die Hingabe kommen. Das ist ein ganz großes Problem. In der Schweiz, ich kann es für die Schweiz sagen, ich habe aber auch viele Leute aus Deutschland und Österreich in der Praxis. Und da ist es wirklich ein großes Problem, dass das Thema Hingabe ist in vielen Frauen ziemlich blockiert. Ich kann es vor allem auch für die Schweiz sagen, weil ich mich da besser auskenne, viele Frauen müssen ja auch ihren Mann stehen heute, müssen Geld verdienen, vielleicht alleine Kinder aufziehen und so weiter. Und das ist ja nicht so eine Hingabegeschichte, sondern da werden die zum Manager der Familie, zum Lebensmanager und einfach eher männliche Qualitäten. Und bei den Männern ist es so, dass die zum Teil dann auch gewisse Teile nicht mehr leben können. Und weil wir da versuchen herauszufinden, was bei den Frauen oder einfach bei unseren Klienten noch zu entdecken ist, freizuschalten ist, kriegen wir natürlich mit, was in uns unbewussten an männlichen und weiblichen Facetten drin ist. Weil wir da suchen, was stimmt nicht, was ist da komisch. Und dann haben wir so wie eine Landkarte gemacht, was in unseren männlichen Fähigkeiten schlummert und an weiblichen Fähigkeiten. Hauptsächlich sind diese Fähigkeiten bei Menschen in der Seele abgelegt. Also die Seele beherbergt diese Teile, wo das männliche Potenzial und das weibliche Potenzial abgelegt ist. Und bei den meisten Menschen, die zu uns kommen, geht es jetzt noch weniger darum, dass sie das männliche und weibliche verbinden, sondern dass sie die Teile von ihrem männlichen und weiblichen freischalten, die noch nicht freigeschaltet sind. Erstmal leben. Erstmal das eigene Potenzial entfalten. Weil im Grunde bist du erst dann fähig, dich echt mit einer, jetzt in deinem Fall Frau zu verbinden, wenn du dein männliches Potenzial oder dein ganzes Seelenpotenzial freigeschaltet hast. Also sind wir da immer sehr bescheiden. Wir müssen zuerst den Klienten aufräumen, dass er überhaupt bereit ist, tiefere Beziehungen zu haben. Also wenn wir blockiert sind, sind unsere Beziehungen auch blockiert. Ist ja klar, oder? Wenn sich die Frau nicht hingeben kann, wie soll sich dann der Mann zum Tarzan hochbewegen können, weil das ja gar nicht Platz hat? Ja. Und jetzt ist es so, dass bei vielen Menschen sind sehr viel weibliche Potenziale blockiert. Also wie soll ich sagen? Der Mann und die Frau, die haben, wie du sagst, beides. Wir haben männliche und weibliche Teile. In der Regel ist es so, dass die Frauen mehr weibliche Anteile haben und die Männer ein bisschen mehr männliche. Und jetzt kann das aber so sein, dass es ein bisschen durcheinander gekommen ist, verschoben ist, dass wenn jetzt du einer Frau sehr viel weibliche Anteile abschaltest, da gibt es Möglichkeiten, Traumen in der Jugend, dann aber auch Fremdenergien, die die ganze Teile abschalten können. Dann kann es sein, dass eine Frau mehr männliche Anteile hat als weibliche, weil die weiblichen abgeschaltet sind. Kannst du dir vorstellen, dann ist diese Frau zwar eine Frau, aber weil das Weibliche so klein ist, ist dann das Männliche grösser und dann ist sie eigentlich eine männlich dominierte Frau. Und das Gleiche kann in allen Varianten umgekehrt mit Männern und so passieren. Und vielleicht, um da mal einzusteigen, können wir die Regie bitten, uns ein Bild einzublenden. Wir haben eine Landkarte gemacht, der männlichen und weiblichen Anteile im Menschen. Einfach rein praktisch. Um überhaupt mal klarzustellen, was wir unter männlich und weiblich oder du verstehst. Ja, genau. Oder wir arbeiten da recht analytisch, wissenschaftlich und wir sehen dann oft bei Patienten oder Klienten, die zu uns kommen, das dann heisst, auf der weiblichen Seite der Seele hat es Defekte. Das kommt ganz oft, wirklich ganz oft. Und dann haben wir einfach zusammengetragen, was das jeweils ist, was an der weiblichen Seite defekt ist und haben eine Karte gemacht, die ich hier abbilde. Schauen wir uns das mal an. Das ist interessant. Man sieht hier einen Strichmann, einen Strichfrau, einen Strichmenschen. Links, auf der linken Seite ist blau und, also beziehungsweise kommt darauf an, von wo man schaut, also auf der linken Seite von vorne betrachtet, es ist die blaue Seite, das ist die männliche Seite. Bei den meisten Menschen ist rechts, rechter Arm, rechtes Bein, rechter Kopf ist die männliche Seite. Und dann genau umgekehrt, auf der linken Seite, linkes Bein, linker Arm, linker Kopf ist die weibliche Seite. Interessanterweise sind dann aber die Gehirnhälften gekreuzt. Die linke Gehirnhälfte, rot hier, ist die weibliche. Das heisst, die Gehirnhemisphären sind zum Körper gekreuzt. So wie bei Yin-Yang, im männlichen ist im Gehirn der weibliche Punkt und beim weiblichen ist im Gehirn der männliche Punkt, so wie eine Überkreuzung. Und dann haben wir gesehen, dass in der Regel die männliche Seite, wenn Störungen auf der männlichen Seite stehen, blau hier dargestellt, dann haben wir einfach geschaut, was sind das, was Männer speziell können. Und dann ist der erste Punkt, den wir da, die ersten Punkte, die wir gefunden haben, sind aktive Sexualität, Kinder zeugen. Ist ja selbstverständlich. Ist eine männliche Tätigkeit. Dann die mentale Schöpfungskraft. Das ist etwas sehr Neues. Das haben wir erst kurzem entdeckt. Also Männer, die männliche Fähigkeit, intellektuell Dinge zu erschaffen, Romane zu schreiben, Dinge zu konstruieren, mit dem Geist Dinge zu schöpfen, das ist eine männliche Fähigkeit. Das heisst jetzt nicht nur, dass das Männer können, aber es ist an den männlichen Anteil der Seele gekoppelt. Und wenn man dann schaut, auf der anderen Seite gegenüber, ist immer das Parallele dargestellt, dann ist die weibliche Eigenschaft bei der Sexualität die Hingabe, das passive Sexuelle, sich dem Mann hingeben und die Kinder zu bekommen. Man könnte also sagen, der männliche Anteil zeugt das Kind, der weibliche Anteil bekommt das Kind. Stimmt ja auch ein bisschen, wenn man schaut zwischen Mann und Frau, wie das ja so abgeht. Und so haben wir eine Karte gemacht, dass dann beim zweiten Punkt, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei der Frau Rot 2, die Lebensenergie-Schöpfungskraft, wir können aus dem Nichts Energie in unsere Körper hineinbringen. Wir haben also die Fähigkeit, aus dem Universum Energie aufzunehmen, in unseren Körper zu bringen und damit die ganzen biologischen Lebensprozesse am Leben zu halten. Wir sind eine Art wie Biogeneratoren, die aus dem Universum Energie sammeln können, ohne dass wir das bewusst machen und in diesen Körper führen. Weil wenn wir nur von dem leben würden, was wir essen, dann ist es so, dass alle Leute, die lange fasten oder Leute, die über Jahre hinweg fast nichts essen, die würden ja sterben. Also weiss man, dass ein Teil der Lebensenergie, die wir haben, kommt nicht vom Essen. Das ist eben diese Lebensenergie-Schöpfungskraft. Und das ist ein ganz interessantes Thema, Tobias, weil das ist eine Fähigkeit, die wird von anderen Wesen genutzt, weil die von uns ja etwas brauchen. Hast du ja auch schon in anderen Filmen gesagt, die brauchen was von uns. Wir sind ihr Vieh. Wir sind die Kühe im Stall, die sie melken. Und das ist beispielsweise diese Lebensenergie-Schöpfungskraft eine durchaus weibliche Fähigkeit. Und so kann man sich das durchsehen. Da ist dann die drei, Machen, auf der anderen Seite die Hingabe, sich Recht auf Leben nehmen, vier, sich das Recht auf Leben nehmen, vier, das Recht auf Leben empfangen, das weibliche Geschichte. Und gehen wir das durch, Analytik, normale Sinne, Selbstkontrolle, Selbststimme, Selbstbestimmung. Also der Mann ist immer, ich mache, das tun, Lösungsorientierung, Nummer zwölf, Nummer dreizehn, Begehren. Und auf der roten Seite entsprechend ist dort Passivsein, die Gefühle, das Intuitive. Und interessant, bei rot acht, die paranormalen Sinne. Hellsichtigkeit, Heilen, das sind eigentlich Fähigkeiten, die auf dem weiblichen Teil unserer Persönlichkeit liegen. Und dann auch das Vertrauen, die Problemorientierung, das ist ja so eine bekannte Geschichte. Frauen reden lieber über Probleme, als dass sie die lösen. Da verrennen wir uns Männer immer, weil wenn eine Frau ein Problem hat, sagen wir, ja, die Lösung ist so und so. Und das ist ja manchmal gar nicht so gewünscht. Man mag mir das ein bisschen verzeihen, aber das ist eben oft so. Wir sehen das in der Praxis auch. Und dann das Begehrtwerden, Begehren. Das sind so wie immer entsprechende Teile, die sich ergänzen. Und jetzt hat jeder das in sich drin. Die Frauen ein bisschen mehr Rotes, die Männer ein bisschen Blaues. Und da haben wir einfach eine Karte der männlichen und weiblichen Aspektierungen unserer Seele aufgenommen, weil uns das hilft. Wenn beim Klienten heisst, du musst schauen, auf der weiblichen Seite stimmt was nicht, dann kann ich durchgehen und sagen, ist es von eins bis fünf, ist es von sechs bis zehn oder von elf bis dreizehn und in der Regel hast du dann das Problem eingegrenzt. Wir arbeiten das sehr technisch. Und jetzt sagst du ja eben, wie ist das zwischen Mann und Frau. Und zuerst einmal, wie ich gesagt habe, müssen wir bei den Einzelnen aufräumen und schauen, welche Teile sind blockiert. Und das ist sehr interessant. Wir sehen, dass bei den meisten Frauen im deutschsprachigen Raum, wo ich arbeite, sind Dinge blockiert, nämlich die zwei, Lebensenergie, Schöpfungskraft, bei vielen Menschen blockiert. Und das hat damit zu tun, dass eben Wesen unsere Lebensenergie abschöpfen. Deshalb ist das für uns selbst etwas blockiert. Das heisst, wir können nicht alle Lebensenergie, die wir haben, brauchen, sondern ein Teil wird wie abgelenkt, weil jemand das möchte. Dann ganz grosses Problem bei vielen weiblichen Persönlichkeiten ist die Hingabe Sanftheit. Weil unsere Gesellschaft ist halt eine Leistungsgesellschaft. Da musst du zeigen, was du kannst. Und das ist für den weiblichen Anteil nicht so wahnsinnig gut. Dann das passive, fünf, ist sehr oft blockiert. Sechs, die Gefühle, ist sehr oft blockiert. Sieben, die Intuition. Acht, die Paranormalität. Also man sieht, in unserer Gesellschaft kommen viele rote Dinge generell zu kurz. Man lernt früh in der Schule kämpfen, gewinnen, rechnen, schreiben. Das ist alles männlich. Also wir werden eher in einer Kultur der Männlichkeit gefördert. Ich glaube, das darf man ruhig so sagen. Also müssen wir oft bei den Menschen diese weiblichen Teile aktivieren. Ja. Und das gelingt mir als Mann doch genauso gut wie als Frau, oder? Absolut. Nur weil ich einen gewissen Geschlecht angehöre, und das soll definitiv nicht Grund dieser Diskussion sein, bedeutet es ja nicht, dass ich beide Aspekte in mir vereinen kann, um somit das Beste aus beiden hinaus zu nehmen. Es ist ja immer ein Plus- und ein Minuspol. Und wenn wir zu sehr in das eine ausschlagen, dann verliert das andere auf einmal an Bedeutung, an Aufmerksamkeit. Ja, absolut. Das ist so. Also müssen wir zuerst mal schauen, dass wir… Bei vielen Menschen wird beispielsweise das Paranormale ausgeschaltet. Wenn wir mehr Hellsichtigkeit hätten, mehr diese übersinnlichen Fähigkeiten, könnten wir ja Dinge sehen, die vielleicht besser sind, dass wir sie nicht sehen. Also wenn es fremde Energien gibt, haben wir in einem anderen Willen besprochen, die uns blockieren, und du hellsichtig sein könntest, könntest du einen Teil dieser blockierenden Energien ja sehen. Das wäre natürlich ganz blöd. Für die, die uns in dieser Matrix irgendwie halten, für die ist es wichtig, dass wir nicht hinter die Kulissen sehen können. Also schalten die fast allen Menschen die paranormalen Sinne aus. Also diese Matrix, in der wir heute drin sind, schaltet die Nummer 8 bei der weiblichen Seite Paranormales weitgehend aus. Dann die Gesellschaft, die wir entwickelt haben, Kampf, Gewinnen, das Passive, die Ruhe, oder? Und viele Dinge, die Intuition, die Ruhe, das Kreative kommt ja erst, wenn wir in der Ruhe sind. Wenn wir ständig… Ich habe noch zwei Kinder und dann muss ich noch die Wäsche machen und dann muss ich das noch und dann gehe ich noch 40% arbeiten, kommst du ja nicht mehr zur Ruhe. Das kennen wahrscheinlich alle unsere Zuschauer. Wir sind ja alle ein bisschen gestresst. Also kommt der weibliche Teil zu kurz. Und bei den Männern sehen wir ganz eindeutig, Da kommt vor allem so dieser Wille, die Selbstbestimmung, hier die Zehen, dass ich bestimme selber diese Willenskraft, das kommt bei vielen männlichen und weiblichen Patienten auch zu kurz. Also es gibt Dinge, die werden bei allen Menschen ausgeschaltet, ob du ein Mann bist oder eine Frau. Weil wir einfacher irgendwie zu halten sind, wenn gewisse Dinge ausgeschaltet sind. Also muss man zuerst mal hier eine gewisse Ordnung machen und akzeptieren können, dass jeder auch das Recht hat, in der Ruhe zu sein. Dass Ruhe nichts Krankes ist oder dass, wenn ich chille, dass das nicht Schwäche ist. Da müssen wir Männer ja das lernen. Ich muss das auch lernen. Ich bin viel zu viel in der Aktivität. Und so haben wir da alle ein bisschen dran zu lernen im Moment. Können wir fehlende Anteile auch in unserem unmittelbaren Leben entdecken? Machen wir mal ein Beispiel. Ich sage jetzt, ich als Mann sage, mir fehlt zum Beispiel eine weibliche Partnerschaft oder das weibliche Prinzip der Hingabe. Kann ich das jetzt in meinem Leben entdecken? Und andersrum, wenn einer Frau zum Beispiel im männlichen Bereich die Umsetzungskraft oder Fähigkeit fehlt, kann sie das auch unmittelbar in ihrem Leben entdecken? Oder wie kommen wir denn überhaupt darauf, wo wir sind und wo wir noch nicht sind? Also wenn du eine dieser Fähigkeiten nicht richtig leben kannst, dann hast du wie einen Blindenfleck. Dein System ist dann nicht ganz in Harmonie unterwegs. Und wenn das ein grösseres Problem ist, was du da nicht leben kannst, dann wird das früher oder später zu einem Stress in deinem Leben führen, vielleicht sogar zu einer Krankheit. Und dann entdeckst du das. Und wenn du dann eben so wie wir arbeiten, dass du den ursächlichen Punkt einer Krankheit suchst, wirst du das erkennen, weil das früher oder später Symptome bringt. Wenn jetzt eine Frau immer nur das Männliche lebt, dann kann es sein, dass sie vielleicht, ich sage jetzt mal, mit 45 in ein Burnout rennt. Und dann kannst du natürlich Medikament essen, dass du wieder auf den Daumen kommst. Aber Menschen, die sich ein bisschen umfassender heilen möchten, die werden ja dann schauen, warum bin ich ins Burnout gekommen, einverstanden. Und dann findest du das raus. Also wenn man wirklich die Ursachen hinter den Krankheiten sucht, findest du das automatisch raus, weil es dich in eine Störung gebracht hat. Also wir können schon einen Zusammenhang entdecken. Absolut, absolut. Oder und wenn Menschen bewusster werden, je bewusster Menschen werden, desto mehr merken sie vielleicht, also eigentlich möchte ich viel mehr zeichnen oder malen, aber ich kann das nicht, weil mein Leben anders eingerichtet ist. Oder manchmal kannst du es ohne eine Krankheit merken, dass du gewisse Blockaden hast. Oder jetzt nehmen wir das Beispiel umgekehrt, wenn jetzt bei uns oft viele Männer, die haben ein bisschen so diese männliche Selbstverständlichkeit verloren, die müssen sich halt irgendwie anpassen, weil alles politisch korrekt sein muss. Oder und die merken dann vielleicht über die Jahre, dass sie immer Frauen haben, die ihnen sagen, was sie zu tun haben beispielsweise. Oder und dann merkst du und sagst, ja ich will das nicht mehr. Und dann gehst du vielleicht zu einem Therapeuten, der so arbeiten kann und dann schau dir mal, warum ist das so? Und dann merkst du, ich habe diese Selbstbestimmung, ich habe das verloren. Ich habe die Eigendynamik verloren. Ich habe einen Teil meiner mentalen Schöpfungskraft verloren. Oder und dann kannst du das auch so erkennen, weil du nicht im Lot bist. Aber ich meine, du kannst natürlich einfach mal eine Bestandesaufnahme machen. Ich habe Leute, die kommen zu mir und sagen, scannen Sie mir mal das Männliche und Weibliche ab und ich will schauen, ob ich da Blockaden habe. Das ist dann präventiv. Es gibt Menschen, die gehen das präventiv an. Das kann man. Ich hatte das damals auch durch einen lustigen Zufall, kann man ihn vielleicht nennen, im Leben präventiv angegangen. Das war, glaube ich, bestimmt schon vor zehn Jahren. Knapp mit 18 also. Frisch ins Leben gekommen und ich hatte dreimal hintereinander die gleiche Freundin und Partnerschaft, die Krankenschwester war. Ja. Und auch noch fast ungefähr ähnlich aussah und sogar fast den gleichen Namen immer trug. Ja. Also war mir dann, nach der Erkenntnis, die ich daraus bekommen habe, nach dem dritten Mal, dass ich ein bisschen mehr in die Selbstfürsorge, in die Selbstpflege, in dieses In-mich-Kern zurückkommen sollte. Kaum habe ich diese Erkenntnis gewonnen und habe mich wieder um mich selbst gesorgt und gepflegt, ging es mir nicht nur besser, sondern die Serie wurde auch gebrochen. Ja. Also ich habe dort im Leben anscheinend etwas gespiegelt bekommen, einen Anteil. Der in mir noch nicht so gelebt wurde, der aber anscheinend sehr wichtig in dem Moment war. Ja, genau. Das ist aber dann über Selbstbeobachtung, Selbsterkenntnis gegangen, oder? Da hast du einfach sehr aufmerksam hingeschaut, hast analysiert, was läuft immer ein bisschen ähnlich ab und hast dann irgendwie Veränderungen einbauen können oder aktivieren können. Genauso kann man das auch machen. Ja. Wichtiger Punkt ist, dass bei ganz vielen Menschen, insbesondere den Frauen, weil die Frauen haben ja das Rote Meer. Und das Rote auf der Grafik, also diese weiblichen Anteile, die sind ja für das Erkennen, wer wir sind, unsere wirkliche Herkunft zu erkennen, das Paranormale, das Intuitive, sind eben diese weiblichen Fähigkeiten sehr wichtig. Und jetzt gibt es ganz viele Programmierungen, beispielsweise über Viren. Du kannst über einen synthetischen Virus ein Programm in deinem System aufnehmen und das Programm bläut in dir eine Programmierung rein, nämlich, dass du mit deiner männlichen Seite die weibliche Seite unter Kontrolle haben sollst. Stell dir das mal vor. Egal, ob du jetzt ein Mann oder eine Frau bist, beide haben das, dann kontrolliert die blaue Teil, der männliche Teil, deine eigene weibliche Seite und schaut, dass die nicht zu stark wird. Weil wenn die stark wird, kannst du plötzlich erkennen, wer du bist. Du wirst intuitiv und du fängst Dinge hin zu hinterfragen, die man in unserer Gesellschaft vielleicht nicht hinterfragen sollte. Und deshalb haben ganz viele eine Art Blockierung auf dem Weiblichen, weil das wie abgewertet wird, weil dort ein grosses Selbstbefreiungs- und Bewusstwerdungspotenzial drin liegt. Oder es gibt vielleicht eine Bewegung, die sich gerade für die weiblichen Rechte sehr, sehr stark einsetzt und das Männliche aber auf der Seite irgendwo auf der Strecke bleibt. Vielleicht, ja. Oder noch komplizierter wird es dann, wenn die Förderung der Weiblichkeit militant geschieht über, wir schlagen den Männern irgendwie die Flausen raus, also kämpferisch, dann bekämpfst du ja eigentlich mit männlichen Mitteln oder kämpfst mit männlichen Mitteln dafür, die Weiblichkeit besser zu entwickeln. Und das ist ja dann eigentlich jetzt aus dieser Betrachtungsebene der Seele wie ein Widerspruch. Du gehst in eine männliche Kampfrolle, um der Frau mehr Platz zu machen. Aber dadurch wird ja dann das Weibliche auch sehr kämpferisch. Das ist eine sehr komplizierte Geschichte, die mit Geschlecht und so vielleicht manchmal nicht ganz in ihrer ganzen Tiefe verstanden werden kann, wenn man das anfängt so zu verstehen. Und wenn jetzt natürlich viele Menschen blockiert sind auf der weiblichen Seite, dann heisst das, dass wir auch nicht ausgewogene Beziehungen haben können, verstehst du? Die Frauen werden dann wie durch Viren, durch Programmierungen, vielleicht auch durch Entführungen, durch Dinge, die passiert sind, in eine männliche Verhaltensweise reingezwängt. Und dadurch können dann die Männer irgendwie gar nicht richtig andocken, weil der weibliche weiche Teil ist nicht so richtig da. Und dann kommen diese Männer und Frauen dann gar nicht mehr richtig zusammen. Kannst du verstehen? Oder es verbinden sich diejenigen, wo es auf der anderen Seite ebenfalls so ist. Ja, genau. Also die Männer, die stark in der Weiblichkeit sind oder die Frauen, die stark in der Männlichkeit sind, finden ja auch oft gern zueinander. Aber dort ist natürlich dann eine grosse Spannung im System, weil beide Systeme selber irgendwie blockiert sind. Und in der Verbindung kommen diese Blockierungen dann auch in die Beziehung rein. Und das gibt dann vielleicht Beziehungen, die nicht besonders harmonisch sind. Das funktioniert vielleicht, weil man gegenseitig abhängig ist voneinander. Der eine braucht die Fürsorge, deshalb die Krankenschwester, oder? Und die Frau hat dann vielleicht zu wenig von dem männlichen Anteil drin und braucht dann jemanden, der sie ständig irgendwie als Mutter braucht. Und dann sind das wie Verhältnisse, die ja in sich auch nicht ganz stimmig und frei sind. Es ist ja auch nicht echt. Es ist ein Zustand, wo wir etwas tun, um ein Loch zu füllen. Ein Zustand, wo wir etwas tun, um etwas zu bekommen, was wir aber eigentlich wären. Wenn wir es leben würden und in Harmonie uns diese Anteile auch gerne holen. Ist jetzt wahrscheinlich das männliche Prinzip, oder? Ja, das ist dann wie eine Kompensation, was du sagst, oder? Genau, das ist richtig, ja. Also, das ist eine wichtige Geschichte, warum Männer und Frauen nicht zusammenfinden, ist, weil wir als menschliche Rasse ein bisschen wie eingeschränkt worden sind durch die Entwicklung der letzten Jahrhunderte, wo ein Teil der weiblichen Geschichten, die Intuition, die Gefühle, das Paranormale verloren gegangen sind. Und auf der männlichen Seite dieses Kämpferische, man darf ja gar nicht mehr so wirklich ein Mann sein, das ist politisch nicht korrekt vielleicht, haben wir wie auf der weiblichen Seite und auf der männlichen Seite die beiden Pole ein bisschen verloren und sind da wie so ins Mittelfeld reingerutscht, wo wir uns dann ein bisschen durchmogeln, durchquälen, durchquetschen, aber eigentlich alle irgendwas kompensieren müssen und dadurch nicht wirklich entspannte Beziehungen haben. Würden wir diese Fähigkeiten oder Aspekte authentisch leben und vereinen, verbinden, wären wir dann vielleicht viel mächtiger als jetzt? Könnte das ein Grund sein, um diese Verschiebung vielleicht auch mindestens zu tolerieren? Also meine Erfahrung, wenn man das abfragt, wenn man den Patienten bei sich hat und dann fragt, warum darf er seinen Ausgleich nicht bekommen, dann kommt oft, wenn du die Hintergründe schaust, weil der Mensch, der das im Ausgleich hat, der kommt in seine spirituelle Kraft. Und wenn ein Mensch in seiner spirituellen Kraft ist, dann ist er in der Lage, einen gegengeschlechtlichen Menschen häufig, der auch in der Kraft ist, anzuziehen. Und dann werden wir wirklich mächtige Wesen. Dann haben wir die Verbindung, dann haben wir die Harmonie, dann haben wir das Potenzial, das sich vereint. Ja, dann hast du im Grunde genommen alle Zähne dieses Räderwerks beim Mann, alle Zähne beim Räderwerk der Frau sind da und dann greifen diese Räder ineinander und dann fängt eine neue Art Uhr anzulaufen, die wir im Moment weitgehend gar nicht mehr aktivieren können in unserer Welt. Es ist eigentlich ein schönes Bild. Man spricht ja immer von Mann und Frau. Man spricht dann von wir, auch in uns, von Mann und Frau und wir und Vereinigung. Aber dieses Bild, was du gerade aufgezeigt hast, das Zahnrad rechts, das Zahnrad links, dass ja trotzdem jeder für sich dreht und für sich existiert, um aber somit eine viel grössere Kraft zu erzeugen, dass wir zu erzeugen, wenn wir sie richtig miteinander verbinden können, ist eigentlich ein schöner Gedanke. Genau. Und das haben wir einfach gesehen, weil wir haben in den Praxen sehr viele Menschen, so ich sage jetzt mal zwischen 40 und, zwischen 30 und vielleicht 60, die mit Beziehungsproblemen zu uns kommen und sagen, ich schaffe es nicht, einen Mann zu haben, ich schaffe es nicht, eine Frau zu haben, ich bin verheiratet, ich bin unglücklich, ich habe Kinder, ich möchte mich trennen. Das haben ja mindestens in der Schweiz viele Menschen. Ich denke, das wird ja in Deutschland ein bisschen ähnlich sein. Viele sind da nicht nur glücklich in ihren Beziehungen. Ist ähnlich. Und viele möchten auch gerne entweder eine Beziehung, bekommen sie nicht, oder sie möchten vielleicht auch gerne alleine sein, was alles okay ist, und sind aber trotzdem irgendwo gefangen. Also es scheint mir so, als ob viele Menschen das Gegenteil wollen, was sie eigentlich momentan sind. Und das ist ja auch wieder ein Synonym für dieses Beispiel hier, oder? Wenn ich jetzt zum Beispiel als Mann meine Weiblichkeit mehr lebe, ist jedem freigestellt. Absolut. Bitte gerne. Alles okay. Aber ich für mich glaube, würde ich meine Männlichkeit lieber gern mehr leben, als meine Weiblichkeit. Das könnte ja ein Synonym sein. Genau. Und wenn du dann schaust, warum diese Dinge ausgeschaltet und verschoben sind, das ist eine interessante Frage, wenn du fragst, warum ist das so? Ja. Und dann siehst du, dass es eben Dinge gibt, die verantwortlich sind, dass wir in unseren männlichen Potenzialen und weiblichen Potenzialen ein bisschen durcheinander geraten sind. Und die häufigsten Dinge, die wir jetzt empirisch in der Praxis sehen, sind, dass die Gesellschaft schon früh dieses System ein bisschen durcheinander bringt. In der Schule sind Rechnen, Leisten, Lesen wichtiger, die sind alle blau, als die linken Teile. Gefühle, Intuition, Paranormales, das wird gar nicht mehr entwickelt in unserer Gesellschaft. Das heißt, die Sozialisierung von dir und mir in Europa, die geht eindeutig in Richtung blau. Also das heißt, die Gesellschaft allein ist schon dazu ausgelegt, dass das hier rüber geht. Oder und dann ist unsere sogenannte politische korrekte Seite dann aber wieder zuständig, dass wir nicht zu dynamisch, zu eigenmächtig sind, sondern dass wir alles politisch korrekt sagen, dass wir keinen dummen Spruch machen, sonst sind wir sexistisch, rassistisch, was immer. Also werden wir wie von der Gesellschaft in unserer Breite von männlich und frausein eingeschränkt. Ganz eindeutig. Eigentlich werden wir in Rollen gepresst. Genau. In Rollen, die unauthentisch und unecht sind. Das würde ich so sagen, ja. Also wenn du, weisst du, was ist authentisch, was ist nicht authentisch? Das sind Bewertungen. Aber wenn du den Körper, das Unbewusste fragst, bist du mit diesen Rollen zufrieden, würde das Unbewusste ganz klar sagen, nein, nein, ich bin nicht zufrieden. Ich möchte als Frau wieder mehr rot werden, und bei gewissen Männern, ich möchte als Mann wieder mehr blau werden. Weisst du, es liegt ja nicht an mir, das zu beurteilen, aber ich bin ja da, um zu schauen, was brauchen die Menschen. Und die meisten Menschen sind in den Rollen, die sie heute haben, eigentlich gar nicht glücklich. Das ist wahr. Das ist wahr. Wenn ich als Mann jetzt, ich persönlich, gerne eine Frau kennenlernen möchte, muss ich mehr in meine männliche Energie gehen oder muss ich mehr in die weibliche Energie gehen? Gute Frage. Also, ich würde jetzt mal sagen, und das macht es halt ein bisschen kompliziert, aber ich bin ja der Wissenschaftler in dieser Diskussion, das musst du von Fall zu Fall anschauen. Wenn du jetzt sagst, ich kann meine Männlichkeit nicht so leben, wie ich das möchte, dann müssen wir schauen, vielleicht hast du eine Blockade auf der männlichen Seite und kannst es nicht. Es kann aber auch sein, dass du vielleicht anders gepolt bist, dass du dir starke Frauen suchst, weil dein System sagt, das Weibliche ist generell gefährlich. Das sind Glaubensmuster. Viren können solche Glaubensmuster zum Beispiel in uns reinbringen oder auch technische Geräte, die eingesetzt werden, um uns zu bremsen. Dann sagst du dir einfach, naja, das Weibliche, dieses Hingebungsvolle, Intuitive, na, das ist nichts für mich. Ah, so ischi waschi und dann, ah, verstehst du? Oder, und dann wirst du natürlich automatisch Frauen suchen, die eher ein bisschen stramm im Leben stehen oder, das kann ganz unterschiedliche Gründe haben und dann müsste man fallweise abfragen, warum ist, jetzt beispielsweise in deinem Fall, ist das so und dann wirst du ganz unterschiedliche Gründe finden. Es ist eben nicht so, wie wir vielleicht von der Schulmedizin gewohnt sind, eine Krankheit, ein Medikament, muss man schauen, eine Störung, viele Ursachen. Oder, und dann, neben dem, dass die Gesellschaft solche Dinge stört, kann es beispielsweise sein, dass du über deine Ahnen, über deine Ursprungsfamilie, mehrere Generationen zurück, dass die vielleicht Verträge, schwarzmagische Bindungen haben oder, und die schalten in der Regel immer das Rote aus. Also, das heisst, ein Teil unserer Weiblichkeitsstörung kann darauf zurückgehen, dass wir in vorigen Generationen dort bereits Ausschaltungen haben und es liegt dann an uns Therapeuten, das bei den Leuten wieder einzuschalten, dass die überhaupt in eine hingebungsvolle Weiblichkeit kommen. Damit will ich dir einfach zeigen, das ist komplex und es gibt verschiedene Gründe und dann, dass du noch siehst, einfach, ich will dir jetzt nicht die ganze Palette runterleihen, aber beispielsweise, wir haben Gene. Das wissen die Leute, wir haben Gene, die den Körper bestimmen, wir haben aber auch Gene, die die Seele definieren und wir haben Gene, die den Geist definieren. Und jetzt kannst du in diesen Genen systematisch bei den Menschen gewisse Dinge ausschalten. In den Genen. Und dann ist es so, dass einfach der normale Durchschnittsmensch gewisse Dinge nicht mehr kann. Der kann sich dann sexuell vielleicht gar nicht mehr richtig hingeben. Alles ausgeschaltet. Oder und beim Mann sind dann auch gewisse Dinge, der kann sich dann eben auch nicht emotional auf die Frau einlassen und dann wird das eben nur noch eine leidenschaftliche Beziehung über Sexualität und solche Dinge gibt es auch. Wir müssen manchmal bei gewissen Menschen an den sogenannten epigenetischen System Einstellungen umschalten, dass die wieder in eine grössere Beziehungsfähigkeit kommen, um dir einen Geschmack zu geben, wie vielfältig diese Geschichte ist. Megaspannendes Thema. Total cool. Dass wir uns dieses jetzt mal versuchen in der Tiefe anzusehen. Wobei es ja auch ein heißes Thema ist, wortwörtlich. Ja, genau. Es hat ein heißes Thema und es ist auch politisch nicht ganz einfach. Man muss immer aufpassen. Es trägt Sprengstoff in sich. Aber davor schrecken wir nicht zurück. Gut. Weil wir sind Forscher und wir möchten gerne Impulse geben und jeder soll bitte schön zu Hause gerne selber entscheiden dürfen, was er für wahr und für sich als richtig empfindet. Und dazu möchten wir helfen. Ja, genau. Wir möchten ja Impulse, Denkanschlüsse geben, dieses System vielleicht mal anders anzuschauen und mit einem anderen Gedankengut da reinzugehen. Genau, weil das ist nämlich zwischen Männern und Frauen in der Energie, wie aber auch in der Partnerschaft, immer mal wieder Zündstoff gibt. Glaube ich, müssen wir keinen erzählen, oder? Ja, das denke ich, ja. Aber ich habe gemerkt, dass dieser Zündstoff, wenn er sich dann mal entlädt, eigentlich wieder zum Großen und Ganzen beiträgt, weil er uns Aspekte klar macht, die wir vorher vielleicht ignoriert haben, nicht sehen wollten, einfach nicht gewusst haben und so wieder einen Schritt mehr zu uns gekommen sind. Was wären denn die Männer ohne Frauen? Was wären denn die Frauen ohne Männer? Da gibt es einen schönen Spruch. Man kann nicht mit ihnen, aber auch nicht ohne sie. Ja, genau. Und vielleicht ein letzter Hinweis noch zu diesem Punkt. Es ist ja möglich, dass die Wesen, die uns in der Matrix hier halten, die wollen ja vielleicht auch wirklich nicht, dass wir dieses volle Potenzial verbinden, weil wir sonst, wie soll ich sagen, in ein Bewusstsein kommen würden, wo wir erkennen würden, dass wir ein bisschen auch an der Nase herumgeführt werden. Also, dass man einfach wie sieht, es gibt wie ein übergeordnetes Interesse, dass Männchen und Weibchen lieber Zampen Probleme haben, als in die große Einheit kommen. Obwohl es so schön sein könnte. Ja, genau. Ja, genau. Wie ist es denn grundlegend mit unseren Beziehungen? Wir haben ja vorher an dem Schaubild gesehen, es gibt anscheinend schon männliche und weibliche Aspekte, die man jetzt der einen Seite zuordnen kann. Jetzt gibt es natürlich auch in unserer Beziehung, im Körper, in den Gefühlen, in der Persönlichkeit, diese Aspekte bestimmt auch. Jetzt müssen wir im Zusammenleben ja diese beiden zusammenbringen. Und zwar, wenn möglich, harmonisch. Und da fehlt es doch manchmal, oder? Nicht, dass der Mann oder die Frau jetzt schlecht gepolt ist, sondern dass wir diese Aspekte einfach nicht zusammenbringen und uns irgendwie nicht die Möglichkeit geben können, in Harmonie jetzt diesen Weg zu gestalten. sei es in uns mit unseren männlichen und weiblichen Aspekten in Vereinigung, sei es aber auch draußen in einer Beziehung in jeglicher Form. Und jetzt gibt es Ärger. Jetzt gibt es Streit. Und der bauscht sich vielleicht auf. Warum? Warum, Michael? Das könnte so schön sein. Ja, eben. Ich denke, weil wir, wie wir besprochen haben, dass wir eben als Systeme zum Teil selber in Schieflage sind. und ein schiefes Schiff kann nun halt einmal nicht gleich gut an ein anderes Schiff anlehnen, weil es ja schon schief hängt. Und dann geht es wirklich darum, dass wir versuchen, das ist Knochenarbeit, dass wir einfach schauen, in unserem Unbewussten, mit unseren Seelen führen, warum sind wir schief? Warum können wir in dieser Schieflage nicht einem Gegenüber, für mich jetzt einer Frau, so begegnen, dass wir zwei aufrecht schwimmende Schiffe sind, die sich unabhängig, also nicht in Abhängigkeit voneinander ergänzen und begegnen können. Das ist dann wirklich Knochenarbeit und da muss man daran arbeiten und das ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Was bestimmt gut helfen würde, wäre die offene Kommunikation. Das hilft sicher, ja. Reden, das hilft bestimmt, oder? Ich glaube aber, dass Reden, also die ganzen Gesprächstherapien, die helfen teilweise auch nur an einer gewissen Oberfläche, weil wenn du dann Gene hast, die das Problem festlegen oder beispielsweise, wenn du von deinem höheren Selbst aus blockiert worden bist, deine paranormalen Fähigkeiten zu leben, dann kannst du nicht alles mit der Gesprächstherapie auflösen, oder? Und da gibt es dann manchmal schon den Bedarf, tiefer zu gehen ins Unbewusste, aber das drüber reden, ich sage jetzt mal, das ist der erste und wichtige Schritt. ganz bestimmt, aber löst aus meiner Erfahrung nicht alles auf. Ja, hilft uns mal zu Verständnis zu kommen, mal die Lage zu analysieren. Genau, das Problem zu definieren, sind wir wieder beim Forschen, oder? Ja. Und dann kannst du sagen, du mir schreit, ich habe dort und dort, da stimmt was nicht und ich habe das Gefühl, bei dir stimmt aber dort und dort was nicht, oder? Und dann kann jeder mit dem, vielleicht therapeutisch, wenn er das nicht selber machen will, kann er sich ja diese Hilfe holen und diese Teile anschauen, bereinigen und dann ist eine andere Begegnung zwischen Mann und Frau wieder möglich. Und dann gibt es ein paar ganz Glückliche, bei denen funktioniert es einfach und denen wünschen wir toi, toi, toi und nichts ändern, es ist ja einfach gut. Ja. Eine wirklich spannende Reise, Thema Männlichkeit und Thema Weiblichkeit, wäre eigentlich irgendwann sicherlich nochmal eine Fortsetzung wert. Schauen wir mal, wo es uns da hinführt. Absolut. Ich denke, gerade in unserer schnelllebigen Zeit tut es uns doch manchmal gut, auch Aspekte zu erfahren, die wir nicht sind. Ich bin zum Beispiel schnell im Kopf unterwegs, ich bin der Macher, der Umsetzer, hier, dies und das, nie in der Ruhe. Ja. Jetzt habe ich aber eine Frau an meiner Seite, die mich in die Ruhe bringt. Ja. Die mich auch wieder abschalten lässt, einen Gang runterschalten lässt, wieder in dieses ruhige Aufladende kommt. Und die Verbindung zwischen beiden macht mich stärker. Absolut. Das kann gut sein, ja. Ja. Ich denke schon, oder, das ist ja schon so, dass sich der männliche und der weibliche Teil irgendwie ergänzen. Wir leben ja in einem dualen Universum, wo es Tag und Nacht gibt und männlich und weiblich und im Grunde genommen, so verstehen wir das, wenn wir das abfragen, wird uns immer gesagt, dass die Einheit des Seins getrennt worden ist in zwei Pole, den männlichen und den weiblichen. Und die wirkliche Vereinigung, die Überwindung dieser Dualität liegt eben in der Verbindung, dass sich die beiden Pole wieder zusammentun. Jetzt ist einfach das Problem, dass wir durch die Sozialisierung, durch die Gesellschaft, durch die Gene, durch Dinge, die wir erlebt haben, kriegen wir das nicht mehr richtig zusammen. Und dann kriegen wir halt nur noch Teile dieser Harmonie hin, dass der Gestresste wenigstens ein bisschen Ruhe erfährt, oder? Aber das kann dann auch sein, dass die Frau dann irgendwann sagt, ja, weisst du, ich will nicht immer dich in die Ruhe bringen, sondern ich will, dass du selber mal in der Ruhe bist. Und dass ich mal in die Aktivität kommen kann, weil diese Dinge ja sehr so, weisst du, spielerisch manchmal überwiegt ein bisschen das Männliche, manchmal das Weibliche, das ist ja wie ein Spiel, wie ein Wellenspiel. Und wenn das immer gleich gepolt ist, kann es sein, dass das für den Anderen belastend wird, es ergänzt dich zwar, aber es fehlt ihm dann plötzlich etwas, wenn der weniger fest schief gepolt ist. Und das führt dann schon oft, sehen wir, in den Praxen zu Spannungen, dass dann die Frau sagt, ja, aber das kann doch nicht sein, du musst selber lernen, ruhig zu sein. Das mag ich nicht mehr. Und dann merkst du, dass das zwar sich ergänzt, aber vielleicht doch noch Einseitigkeiten da sind. Und wenn alle Einseitigkeiten weg sind, dann viel Spass. Wie können wir denn abschliessend zu Hause, jeder für sich jetzt, versuchen, das Männliche und das Weibliche wieder mehr zu vereinen? Wie könnte das funktionieren? Ich würde mal vorschlagen, ganz praktisch, dass sich jeder Mann, der uns jetzt zuhört, sich mal überlegt, man kann ja zurückblenden im Film und nochmal die männliche Tabelle durchschauen, dass sich jeder Mann mal diese Punkte durchschaut und fragt, kann ich diese Punkte leben? Oder sehe ich da ein bisschen selbstkritisch, oder man darf sich nicht zu selbstverherrlicht sehen, ich bin super, sondern kritisch schauen, welche Punkte kann ich da nicht? Und dann, dass jeder Mann auch schaut, welche Teile der weiblichen Seite sind mir total fremd. Und genau das Gleiche können auch die Frauen machen. die können sich mal die rote Tabelle anschauen, das kann man ja zurückspulen und sich überlegen, kann ich Hingabe üben? Bin ich in der Intuition? Bin ich sanft? Kann ich die Sanftheit leben? Dass man sich ganz ehrlich einfach mal fragt, welche Punkte habe ich im Griff, welche habe ich nicht im Griff? Dass man das anschaut und dann hat man ja schon ein gewisses erstes Gefühl, wo es schief sein könnte. Und dann finde ich, ein guter Punkt ist, weil man ja eine sich selbst kann man immer schwierig, wirklich gut beurteilen, dass man mit zwei Kollegen, kann es im Arbeitsumfeld sein, kann aber ein persönlicher Freund sein, dass man denen fragt, sag mir mal von diesen Fähigkeiten, welche würdest du mir sagen, kann ich und welche nicht? Das ist gut. Und dann kriegt man manchmal erstaunlich ehrlich Antworten. Und dann hast du so wie ein Profil, analytisch, wo du siehst, ja, und dann kannst du mit dir mehr schwanger werden und dir überlegen, ja, warum kann ich das und das nicht? Und warum kann ich das super, aber das nicht? Und dann kommst du in einen Prozess, dann bittest du dein Hörer selbst, hilf mir, dass ich in diesem Prozess unterstützt werde, vielleicht den richtigen Therapeuten finde, die richtige Lösung träume, und dann geht es los. Ich würde das mal so machen. Und natürlich kannst du aber auch therapeutisch vorgehen, du kannst abfragen, wie sind diese Verhältnisse, muss man das ins Lot bringen, das kannst du alles im Grunde genommen auch abfragen über das Unbewusste und deine Seelenführer. Das kannst du auch so machen. Beide Möglichkeiten sind da. Also ein Thema, das wirklich viel Möglichkeit und Potenzial in sich trägt. Unbedingt. Und das sieht man ja auch schon an der Geburt, wie Leben eigentlich wirklich entsteht, wenn zwei Menschen dort zusammenkommen, zu dem Punkt der Zeugung, aus einem wirklich fast nichts, ein so Wunder des Lebens wird, oder? Dass dies der Anfang von der Vereinigung von Männlichkeit und Weiblichkeit uns eigentlich wirklich erst das Leben beschert, oder? Ja, genau. Oder ist das jetzt von mir zu übertrieben? Nein, wir leben in einem dualen Universum, wo eben das Männliche und das Weibliche in der Regel in der Verbindung Leben schöpfen können. Klar können wir heute das in der Retorte machen, also im Labor, aber das ist ja vielleicht auch nicht der Idealzustand, den wir anstreben sollten. Ja, ich glaube, das ist so. Unser Prinzip hier ist eben die zwei Teile und die zwei Teile müssen zusammenkommen und dann hast du Einheit. Und wenn du die Einheit stören willst, dann ist ein ganz einfacher Satz, auf Lateinisch heisst das Divide et impera, dann musst du schauen, dass du die Teile auseinanderbringst und sich nicht vereinen lässt. Teile und Herrsche. Also sobald du in einem dualen System die beiden Pole nicht mehr zusammenkommen lässt, ist das System im Grunde genommen hilflos und du kannst es steuern und manipulieren. Und deshalb ist das ja auch im Krieg, in der Politik, in der Diplomatie, ist das Teile und Herrsche. Das sind wichtige Dinge, die eben angewendet werden, um Staaten, Völker irgendwo auch unter Kontrolle halten zu lassen. Das weiss man. Jetzt wissen wir auf alle Fälle mehr über diesen Aspekt und den finde ich auch sehr, sehr interessant. Jetzt können wir nämlich wachsamer durch die Welt gehen und vielleicht erkennen, wo uns genau diese Möglichkeit der Vereinigung genommen wird. Bewusst oder unbewusst. Sei mal dahingestellt. Aber wir können erkennen, wo die Gefahren lauern und dafür, lieber Michael, kann ich nur jedem empfehlen, mehr von dir zu sehen. Ich glaube, dich gibt es auch auf YouTube, gell? Ja, ich habe viele Filme auf YouTube. Ich habe ein Buch geschrieben, wo diese männlich-weiblich-Geschichte ein großes Thema ist und eben auch die Überwindung dieser trennenden Dualität. Weil das macht uns schwach als Gesellschaft. Wenn die Männer mit den Frauen nicht können, dann sind wir als Gesellschaft gespalten. Und dann haben wir Spaltung überall. Ja, und da kann man wirklich viel nachlesen. Es ist mir ein großes Anliegen und es gibt viele Menschen, die zu mir in die Praxis kommen, deren künftige Lebensaufgabe ist es, diese partnerschaftliche Dualität neu hier auf die Erde zu bringen, dass wir das wieder können. Da bin ich gespannt drauf. Ja, genau. Das möchte ich unbedingt bei uns in der Sendung haben. Schön. Für diese Sendung soll es es aber leider wieder gewesen sein. Gut. Lieber Dr. Michael Treiner, aber du kommst ja noch mal. Ja, sicher. Genau. Tobias, gerne. Und ich möchte mich noch mal herzlich dafür bedanken, auch dieses Format Wissenschaft trifft Bewusstsein. mit dieser Tiefe wie mit dir so zu füllen, ist mir eine Ehre. Schön. Das freut mich sehr. Danke fürs Kommen. Ja, danke fürs Befragen, fürs Interview. Danke für die Zeit und die Mühe. Gerne. Ja, ihr Lieben, lasst uns also aufpassen, wo wir im Leben entzweit werden, wo wir im Leben nicht vereint leben und zwar in welchem Aspekt auch immer. Heute haben wir uns das Prinzip der Männlichkeit und Weiblichkeit angesehen. Und ich denke, mit diesem tollen Wissen, das wir jetzt bekommen haben, können wir im Leben noch mehr Potenzial für uns schöpfen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen, freue mich auf eine neue Folge von timeofchange.tv mit euch und aufs nächste Mal einschalten. Vielen Dank und Tschüss. Das war Time of Change, der Podcast, der Veränderung in deine Ohren gebracht hat. Wir hoffen, dass du von unserer Reise inspiriert wurdest und neue Wege entdeckt hast, um dein Leben zu verbessern. Vergiss nicht, dass du jederzeit zurückkehren kannst, um weitere inspirierende Inhalte zu entdecken. Denk daran, uns zu folgen, zu liken und zu teilen und respektvolle Kommentare zu hinterlassen, damit auch andere von dieser Reise profitieren können. Neue Folgen gibt es jede Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Moderation und technische Soundbearbeitung Matthias Reiter Musik Future Technology bei Maxco Music Redaktion Britta Wisniewski Für weitere Informationen besucht bitte die folgenden Seiten LCC Seminare GmbH unter www.lcc-seminare.de und timeofchange.tv unter www.time-of-change.tv und timeofchange.tv www.timeofchange.tv